So, jetzt folgen die 7 Top-Produkte, kurz und knackig vorgestellt. Und warum das Ganze? Damit dir die Kaufentscheidung einfach ein bisschen leichter fällt. Und hier siehst du jetzt direkt den Platz Nummer 1. Dieses Produkt ist aktuell so richtig beliebt und außerdem ist es auch der Bestseller bei Amazon. Übrigens findest du jetzt oben rechts einen Button, wo du unbedingt draufdrücken solltest. Warum? Einfach, weil du da weitere Informationen zum Artikel findest und auch sehr viele Kundenbewertungen durchlesen kannst. Und hier haben wir jetzt den Platz Nummer 2. Es ist auch aktuell ein sehr beliebtes Produkt. Deshalb auch nochmal die Empfehlung, am besten Platz 1 und Platz 2 direkt miteinander vergleichen, um herauszufinden, welches Produkt für dich besser geeignet ist. Ja, hier sehen wir auch schon direkt Platz Nummer 3. Also ganz wichtig ist, dass man das Produkt findet, was am besten für sich geeignet ist. Deshalb immer Platz 1, 2 und 3 besonders stark beachten. Und dann auch nochmal der Hinweis, oben rechts sind nochmal die Links zu allen Produkten auch eingebunden, damit du schneller die unterschiedlichen Produkte aufrufen kannst und dir die Bewertung durchlesen kannst. Du kannst alternativ, aber auch einfach unter diesem Video in die Beschreibung gucken. Da habe ich dir nochmal den Platz 1 bis Platz 7 direkt verlinkt, sodass du nicht lange rumsuchen musst. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben gibst. Oder noch besser, wenn du schreibst, für welches Produkt du dich ja im Endeffekt entschieden hast, beziehungsweise ob es noch andere Produkte gibt, die in diesem Vergleich jetzt nicht aufgeführt sind.